du da du 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 da du du was singt er denn da in der taverne in der ich früher getrunken habe der wein floss in strömen und das bier auch du ba du 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 ba du du ah ja ok ich kenne natürlich die richtige melodie nicht und so aber das klang gerade absurd du ba du du ah er ist noch da ja ich habe beschlossen ich hole mir jetzt erstmal keine kekse ich werde vielleicht auch den vogel erstmal in den käfig setzten da 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 Ja, also wenn ich Juna haben will, muss ich meine eigenen plattmachen, aber, ähm, das sehe ich irgendwie noch nicht. Jetzt haben wir mal hier erstmal alles mit. Oh, ist ungereift, alles klar, das ist auch ungereift. Ja, natürlich. 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 Ja. 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 Vielleicht kann ich das auch erst morgen machen oder so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was soll ich machen? So, ähm. Warum bin ich jetzt rausgelaufen? Ich habe Kerzen gekauft. Ja, richtig. Ah, genau. Ich wollte nachschauen. Birne. Habe ich gerade Birnen irgendwo? Ich glaube, deswegen habe ich die Bäume da hinten neu gepflanzt. Ich glaube, das da sind Birnenbäume. Ja gut, dann brauche ich das ja noch nicht machen und ich kann es ja auch noch gar nicht machen. Ich wollte erst, ich wollte erst Burger machen. Dafür fehlt jetzt wieder Brot. Okay, dann mach nochmal Brot. Okay. 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 Ja, ja. Ja, äh... Okay. 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 So. So. So.